Wir wollen ja alles mitnehmen, ne? So, jetzt habe ich die überholzt, glaube ich. Ich lasse die Erde dann auch hier oben. Es wäre doch egal, ob hier oben Erde ist, ein Neta. Wirklich egal. Der Neta wird nie einen Schönheitspreis gewinnen. Ein Stack und fünf habe ich. Oh, cool. Tja, und die anderen Glowstones sind leider sehr weit weg. Ja klar, da ist inzwischen auch wirklich alles abgegrast. Da kommt ein bisschen Erden, der mal dort wird. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, ich habe die Erde doch weggemacht. Okay. Wir sind auf dem Heimweg. Ja, ich glaube, ich komme wieder heim. Das ist... Ich hasse den Neta, ey. 16 Glowstone haben wir jetzt erstmal. Das war nicht viel. Hier hängt echt jede Menge, ne? Aber nicht erreichbar. Super. So. Okay. Durch den Shader-Mod, den ich ja drin habe, ist die Lava richtig heftig. Hier leuchtet richtig krass. Nee, da ist kein Glowstone. Hm. Na gut. Ich komme mal wieder heim. Fühle ich mich irgendwie sicherer. Ja. Die Sonne scheint und der Kölner Dumm lacht mich an. Perfekt. Ja, siehst du. Alles gut. Ja. Das habe ich echt in keinem anderen Spiele als in Minecraft dieses Endlich-Wieder-Zuhause-Gefühl. Ne? Ist, äh, interessant. Ich habe jetzt letztens einen Artikel gelesen, ähm, so die meistgesuchtesten Fragen über Minecraft. Ja. Das hatte ich mir selber mal per E-Mail rübergeschickt, weil ich keine andere Ablagefläche hatte. Weil ich das über mein Handy geguckt hatte. Ja. Also das wollte ich dir auch mal geschickt haben. Das ist echt krass, so, ähm, ist, äh, Minecraft unendlich und so, ne? Und, äh, da haben die sogar hingeschrieben, die Koordinaten, wo Minecraft endet. So unendlich ist es nicht, aber es ist wohl von der Fläche her, ähm, achtmal so groß wie die reale Welt. Das ist schon krass, ne? Ja. Wahnsinn. Ja, das, wie gesagt, ich muss dir das mal schicken. Ich habe mir das selber nur ganz schnell per E-Mail rübergeschickt, damit ich das auf jeden Fall weiter noch habe. Ja, schick mal. Das war sehr, das war sehr interessant. Na, nach oben und nach unten kennt man das ja, ne? Aber so von, äh, in die Breite nicht. Und da haben die echt hingeschrieben, ähm, wie groß, äh, so die Minecraft-Welt ist. Das war sehr interessant. Ja. Hier mit dem Dach. Ich habe eine Idee und ich weiß nicht, wie ich sie ansetzen werde, aber ich werde es versuchen. Mhm. Wenn ich dir irgendwie helfen kann, ne? Ja, ich will hier so eine Dachgaube draufsetzen. Was ich meine? Dachlaube? Dachgauben. Also, dass das so, dass das über dem Fenster so vorsteht. Wie mache ich das? So. Na, ein bisschen Schweig habe ich auch noch. Sehr gut. Und da ist die erste Spitzsacke auch wieder weg. Natürlich. Ähm. Ähm. Äh, 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 äh. Weiße Wolle, wo habe ich denn... Hä, ist die tatsächlich hier mit drin? Weiße Wolle habe ich irgendwo rein getan. Ähm. Ja, ich hatte ja noch diese, ähm, kleinen Teppiche, weißt du, gehabt. Aber wo habe ich die denn jetzt rein getan? Verdammte Axt. Das weiß ich nicht. Äh. 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 Sag mal, bin ich jetzt schon blind? Hm. Doof. Hey y'all. Äh. 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 So, dann, da ist die Treppe, hier müssen, wie machen wir das denn? So, hier ist ein langer Tisch, für so, ja, ich sag mal, für Stammgäste oder so, hier kann noch ein Tischchen hin, und hier, und dann machen wir, ne, das geht nicht, ähm, äh, hier, hier, oh, da ist einer runtergesemst. Ähm, tja, ich weiß nicht. So. Was war? So will ich das haben, und nicht anders. So, und nicht anders. So, und nicht anders. Ist das jetzt eine Druckplatte? Ja. Obwohl, die ist sehr... Trotzdem anders. Ach nee, ich weiß, wo ich die Sachen hingetan habe. Ah, in die grüne Schulkerkiste. Haha. Wer sagt denn, dass Marmelade keine Kraft gibt? So. So. Ich staubsorge mal, ja. So. So. Und so, ach cool. Ach so, nee, der muss noch mal hier hin, aber ich glaube, dafür brauchte man... Nein. 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 Is that that? Nee. Da. das war total cool in meiner in meiner welt die ich ja für mich privat habe als ich damals noch ein anderes texture pack drin hatte da hatte ich auch so eine kneipe gehabt und da hatte ich so ein bild auf aufgehangen und das war so ein fernseher mit einem fußballspiel quasi ja das passt ja voll zu einer kneipe total geil das war echt cool hallo schnitzel hallo und dies da Tschüss. So. So. Tup, 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 tup. Jetzt bloß der Übergang hier rüber stimmen. Ich habe dich im Ohr gewohnt. Da glaub ich mal. Sieht schon richtig toll aus, wenn man hier so runterkommt. So. Und dann noch ein Dörfchen, ein richtiges. Ja. Machst du irgendwelche komische Musik? Das ist das große Kabinett hier. Passt doch für eine Kneipe, Emma. Da musst du schon ganz schön besoffen sein. Ja. Geil. Ja, soll ich kurz in den Game-Mod reingehen und die eintauschen gegen eine andere? Mach, was du denkst. Ist ja nur ein Tausch. Kann einem nach einer Weile schon auf den Senkel gehen. Pass auf, die tun wir weg und dafür nehmen wir dann mal eine andere. Schallplatten. Schallplatten. Dann nehmen wir mal die. Ist die gut. Und netter. Das ist die Cat. Merken wir uns mal. Ist doch auch ganz nett. Die ist auch cool, ne? Okay. Nups. Jetzt kommt Chirp. Ach, Chirp ist mein Lieblings. Ja. Chirp kennen wir ja. Chirp. Hoppala. Nein, wo bin ich denn jetzt hin? Hier bin ich hin. So. Jetzt kommt Fahr. 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 Passt nicht für eine Kneipe. Ist zu langsam. Mal. Ja, passt auch nicht für in eine Kneipe Melohi. Ja. Jetzt hört sich sein, dass er gleich mit Smarple hier reinkommt. Style. Das ist auch cool. Style ist auch gut. Stratz. Ist auch nicht schlecht. Ach mein, was nehmen wir denn? Ja. Du, entscheide dich mal. Ist so viel Auswahl. Wir haben jetzt eine schlechte weggetan. Dafür brauchen wir jetzt eine richtig gute. Hm. Ach, jetzt geht die normale Minecraft Musik auch noch los. Ja, das ist blöd, wenn es sich überschneidet. Ja. Nein. Nein. Jetzt haben wir die 11. Und wait. Ach, die kenne ich auch. Die habe ich in meiner Welt. Also, Cat war gut. Blocks. Ne. Blocks. Doch, Blocks war auch gut. Und Style. Was war das nochmal? Ich muss mir mal was zu trinken holen. Ja, mach das. Da war es das doch nicht. Komm, wir nehmen die jetzt. Und, so. Neh mal die. Ja, cool. Jetzt geht mir die normale Minecraft Musik los. Nein. Jetzt müssen wir es erstmal laufen lassen, damit die da drin bleibt. Hm. Du, du, du. Oh, kann ich da dran? Und dann habe ich noch irgendwo Koppel. So. Und. Hä? Ich bin doch in Game Mod 0, oder nicht? Oh, lol.